Übung 1 C Praxisdoktor Otto, guten Tag. Guten Tag, hier Marco Sommer. Ich habe nächste Woche Donnerstag, den 25.10., einen Termin um 15 Uhr und muss ihn leider verschieben. Ja gut, dann schauen wir mal. Äh, können Sie am Dienstag, 23.10., gleich morgens um 9 Uhr? Nein, da habe ich schon einen Termin. Aha. Und am Freitagnachmittag, 26.10., um 16 Uhr? Ja, das passt. Gut, dann notiere ich Freitag, 26.10., um 16 Uhr. Prima, vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.